Das unterirdische Venedig. Eine Insel in den finsteren Gewässern der unterirdischen Flüsse. Über dieses Venedig kursieren wirklich üble Gerüchte. Ich habe gehört, es sei eine einzige große Räuberhöhle. Aber etwas weiß ich mit Bestimmtheit. Pavel hat Venedig erreicht und, wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Korbuts Pläne aufdecken. Damit ich den Orden warnen kann. Ja, der Skorbot. Ist ganz gut hier unten mal Musik zuhören in der Metro. Wobei das so trostlos ist, ist das recht schön. Aber im Hintergrund sehe ich halbnackte Damen auf einer Bar. Also, eine Solette und noch eine Solette. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Bist du eingeschlafen unsere Fische hier sind echt bezaubernd Schienen jedoch schlechte Laune zu haben, als wenn vor uns schon jemand da durch ist und sie verärgert hat Captain Iglo Macht auf, die Fischer sind vermehrt zurück Ja, ich sehe euch, schon gut Und wer ist das? Den Typen habe ich im Tunnel aufgelesen Du meinst doch nicht, dass ich ihn dort hätte zurücklassen sollen, oder? Was? Und mir das Leben leicht machen? Natürlich nicht Erst dieser Roten, jetzt sonst Und ich öffne und schließe immer wieder das Tor Du könntest wenigstens mal ein Mädchen mitbringen Und was würdest du damit machen, wenn ich es mitbrächte, Semenovic, hm? Du bist doch viel zu alt dafür Übrigens solltest du besser das Tor runterlassen Sonst kommt womöglich tatsächlich eine Frau Nämlich die in schwarz und mit der Sense Ja, ha, 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 ha Keine Sorge, Semenovic, überlebt euch noch alle Der Torwächter Wie war der Fang? Nicht einer hat angebissen Es sei denn, du zählst auch die Schrimps mit Und davon gab es mehr, als mir lieb ist Ich wurde von ihm hier gerettet Artyom heißt er Freut mich, dich kennenzulernen, Artyom Danke für deine Hilfe Da, da Also, was genau ist passiert? Die Schrimps überfielen uns, als wir die Gabelung erreichten Ah, hätten mir fast mein Floß zerfetzt Ich frage mich, was die für einen Anlass haben Ach, das ist leicht Die Roten sind da durch und wollten sich mit unseren verehrten Nachbarn treffen Schienen sie nicht zu interessieren, was sie aufgewühlt hatten Ach so, deshalb Sieh mal, Artyom Ich nehme an, es lässt sich nicht verkeimlichen Venedig ist voller Gangster und im Abschaum der ganzen Erde Die gehen zu anderen Stationen und zu plündern und zu morden Aber hier ist alles friedlich Fang du also keinen Scheiß an Ich will hier keinen Ärger Simon Okay, Simon Ich will mit dir reden Sag mal, weißt du, wo unsere roten Gäste sind? Im Bordell natürlich Wer ist das da bei dir? Das ist Artyom Der Herr der Schrimps Du solltest sehen, wie er schießt Ich hab noch nie jemanden getroffen, der so gut ist wie er Ähm Ein Revolverheld, was? Würdest du mir helfen, ein paar Börserwichter zu erledigen? Klar Simon Ich wusste es Fällt dir nichts Neues ein? Aber es sind gerade fast alle am Lager versammelt Wenn das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann weiß ich nicht wann Unter uns beiden Wir könnten in der Lage sein, sie zu erledigen Ich hab es dir bereits unzählige Male gesagt Und ich sage es noch einmal Nein Ich brauche diese Scheiße hier nicht Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden Gut Dann lass ich euch beide jetzt mal alleine Okay Tze Scheint schon 100 Jahre her zu sein Naja, dann könnte auch eine Schicht Ruß da drin sein Hast du den Luftfilter überprüft? Du hast mir erst letzte Woche einen neuen besorgt Was hätte damit schief gehen sollen? Ja, wahrscheinlich nichts Ja, war es das jetzt? Darf ich jetzt auch wieder? Das ist natürlich sehr liebevoll Was, du Teufel Was, du von einem ehrlichen Arbeiter Wut, wut Gut Also ich bin hier immer ein bisschen irritiert, wann die Gespräche anfangen, wann ich Da unten Was sieht mir nach Dreck aus Ihr wollt mich doch verarschen, ihr mobbt mich doch Jetzt komm ich wieder zurück und die heute mal aufzusch... Und die Zylinder? Nein, die können nichts abbekommen haben Ein Stoß wie dieser würde alles auf den Kopf stellen Wenn ich jetzt wieder anfange zu reden Fallen die mir ins Wort Oder wenn ich weggehe... Was ist mit dem Vergaser? Warum sollte der aufgehen? Ah, könnte natürlich sein, dass er heute ein bisschen was abgekriegt hat Und der Sprit ist auch nicht gut Ich will doch nur die Karma-Punkte Hör auf Was ist mit dem Vergaser? Warum sollte der aufgehen? Das hat man ja schon Ich will die Karma-Punkte Mh, lecker Schrimp Ich kann aber nicht hingehen Hier ist irgendwie ne Barriere Ich kann nicht hingehen, dass von nahem angucken Beißt die da ganze Stücke raus gerade? Raupp, 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 raupp Raupp, raupp, raupp Der pennt besoffenem Boot Mama, fang beiß mit einer an Warte einen Moment Wir fangen uns einen Fisch Und Tante Nadja würde ihn uns braten Warum weißt du, dass du einen Fisch und keinen Krebs fängst? So wie Mama Wie bitte? Krebs? Ach, den fängt man nicht mit einem Haken Aber Mama hat ihn sich gefangen und ist gestorben Ich will keinen Krebs fangen Nein Wir werden keinen Krebs fangen Wir haben jetzt einen Detektor Was ist denn ein Detektor? Ein Ding, mit dem man den Krebs verjagt? Nein, Schätzchen Er zeigt, wie viel Strahlung in einem Fisch ist Zeigt er auch Krebs? Also, wenn man Fisch isst, der nicht viel Strahlung hat Dann kriegt man keinen Krebs Ich wünschte, wir hätten so etwas gehabt, als Mama noch lebte Und wer weiß das Ding, dass Fisch und nicht Krebs anbeißt? Sieh mal, Schätzchen Mit deinen Fragen verscheuchst du alle Fische Geh und spiel mit den Jungs, während ich unseren Ablöser fange Ich will aber nicht Die Jungs sind alle doof Mit ihren doofen Spielen und diesen doofen Booten Ich hab Hunger Hat schon ein Fisch angebissen, Papa? Nein, Schätzchen, noch nicht Papa, hat jetzt ein Fisch angebissen? Nein, noch nicht Papa, wann weiss denn einer an? Ich weiß es nicht Ach, ich wünsche euch Glück, ihr beiden Döp, 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 döp Ich bin gerade von der Objasbaskaya zurück Wir da waren, gingen ich und die Jungs zu dieser Freakshow Und? Die hatten dieses Viech da Nannten es den Schrecken der Nacht Kleine Scheiße, hässlich Völlig verunstaltet Leif schaut ihnen in die Augen Nacht sehe ich ihn immer noch zitter Das Sag mal, hast du eine Ahnung, was das mit diesen Kommunisten ist? Die haben eine Art Besprechung mit Kisli und den anderen Bossen Da bekommt irgendjemand bestimmt Ärger Ärger, sagst du Deshalb macht die Hanse mobil Die haben sogar angefangen, ein paar Banditen als Wachiner zu heiern Na los, lass mich doch hin Was? Die werden ihnen die Karawane ausrauben, bevor sie die Station verlässt Nicht nur das, was die Hanse ihnen verspricht, mehr als eine Karawane wert ist Die erwähnen immer wieder was von einem Vorratslager Wie auch immer Die Hanse kann es nicht allein mit Patronen rausreißen Die finden die richtigen Worte und haben sogar zwei Personentransporter von den Faschisten Jetzt reicht es aber, Mann Die Faschisten verkaufen ihre Panzerwagen an niemanden Die verkaufen nicht nur Die heiern an der Czechoskaja sogar Soldaten Das ist auch total nicht Quatsch Die Faschisten und Leute anheuern Also, Kube Die Hanse steckt definitiv mit den Faschisten unter einer Decke Die versammeln ihre Truppen mit Rotloss Ich glaube, die wollen sich mit der Polis anlegen Was? Aha Die Hanse also will sich mit dem Reich verbünden, um gegen die Police vorzugehen Und wenigstens an die Mauer stellen, anstatt mitten auf der Straße herumzustehen Ja, ich muss hier filmen Es tut mir leid, ich muss Zeugnis für Nachwelt und so Ich drehe Dokumentation Hallo, meine Schöne Na, ein bisschen Bist du auch frisch? Oder, da sieht der frisch aus Da ist doch schon Staub und Rost drauf Was verkaufst du hier? Was verkaufst du hier, eh? Es tut mir leid, wir kommen nicht ins Geschäft Heult der oder weint der? Heult der oder weint der? Oh Leute, von mir falschen Fuß aufgestanden So Buchstabensuppe ist mir die liebste Oh, ein N Hmmm Mhh mij 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 Lecker, lecker, lecker Ich mag N Mal gucken Ein P Ein U Mhh mij 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 kned Ein N Ein N M conven Köstlich Jetzt ein T Maj mi So, jetzt reicht es aber Ich glaube, die warten hier aufs... Die brauchen Essensmarken hier und kriegen sonst nix zu essen. Was guckst du, Mann? Na gut. Oh, ich wohne hier jetzt. Und bleibt stehen und guckt weiter. Na, Junge, was los? Was glümmelst du da so rum? Hast du deinen Pilzen geschnüffelt? Sie müssen aus wie der Bruder von Chucky, die Mörderpuppe. Ach, eine. Na gut. Was soll's? Na los, beweg dich, ja? Was? Noch mehr Kaviar. Ich kann's nicht mehr sehen. Hättest du nicht wenigstens etwas Brot besorgen können? Nur soll ich den Brot herkriegen. Das haben die nicht mal an der Lobo Kuznetskaya. Noch mehr Kaviar. Oh, ich kann kein Kaviar mehr sehen. Ich will Brot. Wie geil. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Kann ich die nicht anmachen? Nee. So, wir schauen uns hier ein bisschen um. Ach, halt die Fress. Eh. Weil ich die Augen so cool finde. Ist das Mann oder Frau? Man weiß es nicht so genau. Und, hast du dich etwas umgesehen? Mhm. Ich habe etwas für dich. Was denn? Lass uns offen reden. Scheint so, dass du hier für immer festhängst. Überall abgesoffene Tunnels. Und wenn du zu Novokuznetskaya gehst, bist du vermutlich so gut wie tot. Dir sind wohl die Möglichkeiten ausgegangen. Na ja. Also, hier mein Vorschlag. Du könntest einfach bei uns bleiben. Du bist jung. Du kannst Dinge erledigen. Und wir haben in Nullkomman nichts einen Job für dich. Insbesondere seit die meisten Neuankömmlinge hier nur menschlicher Abfall von der Novokuznetskaya sind. Denk einfach mal drüber nach. Du arbeitest erstmal bei unseren Fischern. Machst dich mit allem etwas vertraut. Und dann wird es dir vielleicht schon viel gefallen. Wir könnten sogar ein nettes Mädchen für dich suchen. Nun, ich will dir keinen Druck machen. Ruhe dich erstmal etwas aus und halte dich vom Ärger fern. Die Banditen scheinen heute besonders streitlustig zu sein. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir einen Streit mit uns anfangen wollen. Aber hier bleiben ist keine Option. Die streitlustigen Banditen. Ja, mein Echen, mein Echen. Ho, ho, ho.